Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute will ich euch Soldier 76 vorstellen. Taktisches Visier ist seine Ultimate, richtet die Waffe automatisch auf Ziele aus, Sprint, kann er schneller rennen, biotisches Feld ist er, Heilung, dann rechte Maustaste, Helix-Raketen und ein schweres Impulsgewehr. Und nun aber ab an die Front, weil wir sind ja schon mitten im Kampf. Okay, und da oben, er ist schon, ja, ich sehe schon, da wird sich hier schon eingekastelt. Aber das, was die können, kann ich ja auch schon lange. So, der ist weg. Ich kann mich hier mal heilen. Der hat mich gut erwischt. Da ist die Ultimate von Hanso. Aber, wie gesagt, die haben wir ja nicht ewig hier. Einer weg. Der Hanso steht da immer noch unten drin. Ah, von wem denn denn? Wie hat er denn das noch geschafft? Das war ja wohl ein Ding Pfeil. Ja, tatsächlich nicht schlecht. Wir nehmen jetzt sein kaum mehr HP. Er ist jetzt auch tot. Von wem ist übrigens die Stimme? Also, ich finde ihn sehr geil, auch wenn er leider nicht mehr so gute Film macht wie früher schon mal. Oh, 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 aber die ultimate ist leider bei dem nicht so stark das halt einfach nur ein auto also ohne amen also halt schießen kann aber das kann bei manchen anderen gegnern oder charakteren ist das hier deutlich effekt bringen da wenn man mit so einer ultimate auf jemand drauf geht weg mit dir und da schon wieder die ultimate der steht hier schräg hinten immer und halt sie dann rein weil die geht eben durch die wände durch na so wird das nix mit euch meine freunde und wird dir auch nicht kannst du ja nicht hier so einfach daherkommen ich bin noch nicht von dummbach und da ist aber so eine nervige drohne gewesen wieder auf einen schießt aber gerade noch weggekommen und der wird dann auch erledigt wieder wird hier geheilt das ist sehr angenehm aber jetzt wieder meine alte jetzt kommen sie da rein aber das dürfte nicht von erfolg gegründet werden sie probieren sie hartnäckig aber sie haben hier wenig chancen gegen unsere defense gerade die wirklich gut läuft da hat er mich meine kids weg von neuen dann beseitigt da hat er mich da oben gut nämlich runter gezogen sagt und da hat er mich schon gehabt und dann ja einen schuss und dann ist es da schnell um mich geschehen auch wenn ich da nicht mehr dazu beigetragen habe hier am ende mit dem letzten kill aber er war noch meiner geht noch die fahrer hier schön ich muss sagen einer meiner lieblings charts schön verteidigt schön gemacht 21 geschütz kills geschütze sind wichtig jemand der den bauer spielt ist leider nicht so häufig dementsprechend kriegt er von mir her den vote dafür dass er ein episches spiel gemacht hat bringt noch nichts wird aber in der finalen version dann doch was bringen kills mit helix raketen zwei stück längste kill trick 9 und kiss mit taktischen visier da leiden und einer aber ansonsten glaube ich zwei todeschlüsse vier tote zwölf kills habe ich mich doch ganz wacker geschlagen wir schauen uns noch eine runde an weil die war ja dann doch verhältnismäßig kurz sofern noch ein spiel aufgeht wenn nicht da doch da ist doch noch eins nun barney und ich behalte den kart einfach bei weil wie gesagt ich will euch erstmal aktuell im spiel so ein bisschen die charaktere immer zeigen und vorstellen und irgendwann wird natürlich auch der moment kommen wo ich das einfach so in anführungszeichen just for fun spiel und dann durch die charaktere hin und her hoppe aber erst mal die offensiven charaktere abarbeiten weil die gefallen mir einfach persönlich auch mit am besten so wir verteidigen wieder kampf bereits immer die anderen suchen noch hier aus wir haben gutes line-up wir haben hier keine markierungen das heißt wir haben alles was wir brauchen am start richtig ich mag die stimme vielen dank hey aber mehr als hey okay ist sehr eindimensional in seinem hallo ja nicht schlecht er kann unglaublich geht einem das gleich auf den sack danke hey sorry ich höre schon auf so da ist steht doch schon einiges parat 3 2 1 angreifer nähern sich es ist verhaft da hat er sich hier hochgebeamte rüber aber naja beim ersten mal kann man es noch probieren aber im zweiten mal ist dann einfach schon ein bisschen dreist so du auch nicht war so du weg weg dann kriegst du ja mein punkt nicht digga kannst du mal ganz stark knicken so auch du nicht so leicht machen wir es hier aber wirklich keinem also wirklich keinem da ist jetzt wieder auf a ok ok jetzt wird es langsam ok jetzt war anstrengend aber es lief gut schöne szene gehabt mein moment sozusagen wo sind sie 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 so nicht so leicht machen es dir ganz sicher nicht aber ganz sicher mit garantie nicht du kommst jetzt kommt halt komm 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 also naja es ist aber eine ein bisschen spannend wann es gab gerade reagiert hat so jetzt sind wir richtung turm und richtung turm richtung punkt unterwegs da hat er meine killstreak von 9 jetzt blatt gemacht war auf einmal hinter mir da habe ich nicht mit gerechnet so auch hier haben wir jetzt gerade noch schön verteidigt na so nicht du so nicht so wandsam bis jetzt wirklich eine gute verteidigungsleistung da steht der andere nach oben so nicht teilen so schnell heim auch du weg und jetzt verlängung müsste aus sein und damit ist es rum und es ist unser sieg und der war glaube ich noch viel schöner als der davor herrige da habe ich mich wirklich wacker geschlagen mal schauen was der aktion des spielers was er sogar gerissen hat da bin auf jeden fall ich aber mich hat er nicht willkommen und mit kills mit helix-raketen kills 17 da habe ich mich wacke geschlagen ich wähle mal für mich selbst hoffe euch hat die runde mit soldier 76 gefallen vielen dank auf jeden fall bis zum nächsten mal euer karamba ich 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 ich